Ich soll an von Castillo töten? Ein Diktator zu töten, der unser Land schändet und unser Volk fast geladen? Ich denk drüber nach. Und du so? Du wirst eine kottverdammte Greer-Legende! Ich bin nicht furchtlos. Aber eins verspreche ich. Man wird mich furchten. Es gibt Löwen und es gibt Lämmer. Herrscher. Oder werde beherrscht. Du bist ein Löwe. Und wir fressen die verdammten Lämmer. Und wir fressen die verdammten Lämmer. Er spielt mit dem Mund, siehst du das? sind ein paar viele scharfschütze weg so ich glaube das ding war der bedäufte fertig 90 so hier vorne gibt es doch was ansonsten gehen wir da mal rein aus den kisten kriege ich irgendwie gar nichts mehr hier steht drauf schweine schweine zum bauernhof hier wohnt der udo und er züchtet schweine hier vorne noch mal kaufen uns am besten auch noch mal volltreffer hier vorne ist ein flughafen da gibt es auch einen dicken helikopter so ich würde sagen wir holen das uran oder du flitze eben rüber holt das uran und ich guck mal wegen dem helikopter das ist ein ganz dicker die eigentlich auch ab fotografieren ja weniger da kommt was angeflogen ja dann habe ich voll getroffen macht doch hier nicht den lauten schnallt hier aber auch an allen ecken war da haben wir auch noch hier sehr gut Warte, 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 was machst? Guck mal, er ist nicht durch. Ist er gar nicht. Nee, aber er kommt, er kommt bei, er kommt bei. Jetzt muss ich suchen. Das ist ein Maglash. großen holen bei uns der richtig feuerkraft wer ist denn hier hinter dem ja warte mal der jetzt in der landmine getreten ist draufgeballert so was haben wir denn hier in der nähe guck mal da ist was schönes grüße bursche ach das gibt's doch nicht und strom so ich würde sagen ich lass dich mal eben raus aus dem bunker sogar ne warte mal versuch mal jetzt sony aussteigen auf den knopf drücken danke dafür warum war da ja wie viele warte ich muss mal in höher geh weg hängst nacken dran ne abfangmission längste dran alles klar können sie mal gerade halten das ist doch zieh dich ein bisschen höher muss gleich ein bisschen runter eine verlassene die nicht aufräumen können die kommt aus dem letzten loch wo schießt der kollege da ist er ich habe mir genau für straße lande hier vorne auf der straße da war noch ein ausrufezeichen wurde gerade weggekommen ist was das gesehen muss doch mal eben gucken gehen vielleicht gibt es ja was umsonst wer weiß so auf dem weg zu dir was haben wir denn hier noch gibt es noch so eine festung die wir einnehmen können flüssige courage wer schießt denn hier helikopter und wo schießt er ich habe keinen gesehen Da ist noch mal was versteckt. Ein schöner Schatz. Was für ein Drecksloch. Was haben wir denn hier? Was ist das hier überhaupt? Schande. Warum hat die Ventile offen, ne? Ich habe so das Gefühl, dass hier gleich alles in die Luft fliegt, ne? Ist hier irgendwo so ein Tor offen? Gar nicht, ne? Ich habe hier noch was gefunden. Ja, ja, auch das Ding. Ich habe ein Tor gefunden. Ah, sehr gut. Eindruckventil, wir brauchen mehr. Hier ist noch weiter. Warte, 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 hier. Hast du gedreht, ne? Ich brauche einen Büroschlüssel. Da kommen wir sonst nicht rein. Ja, wo kann der liegen? Der hat sich in seinem Büro verschanzt. Steht oben dran. Frage ist nur, wo ist das Büro? Ah, ich habe was. Das soll das gewesen sein. Oh. Ich glaube, wir sollten hier raus, ne? Warte mal, hier ist auch noch was. Ah, ne. Nein, 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 nein. Hurra. Nichts gut, diese. Hier, ist Zaufern. Oh. Eins müssen wir noch. Frage ist, wo hängt das? Das kann nur hier im Raum drin sein. Ich gucke jetzt nochmal. Oh, warte, ich gehe jetzt hoch. Der liegt tot da drin. Geh mal weg, ich schieße mal da drauf. Geh weg. Geh doch weg von mir. Gott, ne, das hat nicht funktioniert. Hier ist einer, da ist einer, da vorne. Oh, warte mal. Ich glaube, ich weiß wo. Ja, ich habe es gefunden. Bist du drin? Ja, passt. Bereithalten. Druckventil dreht. Oh Gott. Der ist nicht mehr weg. Geh mal raus hier, ne? Und jetzt? Noch eins? Wir müssen hier Sachen jetzt. Oh, nein. Das hat dich glatt umgehauen. Das ganze Ding vibriert, ne? Ich bin irgendwie am... Ja, ich würde mal sagen, warte mal. Ich bin besoffen. Ich bin richtig besoffen. Boah, Alter. Was war das denn? Besoffen, das ist eine Distillerie. Ach so. Kann nicht rennen, ich bin strunzbesoffen. Hallo. Oh Gott. Oh, 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 hier, guck mal, die Decke ist eingerissen worden. Oh. Oh. Ich bin noch hier oben. Oh, da oben. Jetzt weiter. Oh, doch, 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 doch. Wo bist du? Geh doch, Mensch. Ich bin doch schon dabei. Ah. Das brauchst du ja sicher nicht mehr, oder? Ja, cool. Ich passe für dich drauf auf. Sub-Kommandante. Ich bin nüchtern geworden, ne? Alter. In den Orbit. Das ist eine Panzerfaust. Gut. Gut. mentor Moments. . Untertitelung des ZDF, 2020